Herr Löschert, Sie haben gerade den Weg zu uns nach Bielefeld gefunden, haben auf dem Kreisparteitag der Bielefelder CDU gesprochen. Sagen Sie uns doch gerade, warum ist denn Andreas Rüther der richtige Mann für diese Stadt? Also in der CDU-Zeit unter CDU-Oberbürgermeistern ist Bielefeld ganz an der Spitze gewesen in Nordrhein-Westfalen und jetzt gibt es einen Kandidaten, der viele Vorzüge in sich vereint, der die Kernfragen seiner Stadt kennt, der Liebe zu seiner Stadt Bielefeld hat, aber der in den Bildungsfragen viele, viele kluge Ideen hat, wie Bielefeld wieder nach vorne kommen kann und ich wünsche mir, dass er der nächste Oberbürgermeister von Bielefeld ist, dann kommt Bielefeld wieder und ich wünsche gleichermaßen, dass auch die Arminia bald wiederkommt. Danke, Herr Löschert. 1